Mmmmm... Mädel, meine lieben Freundinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Art Video. Heute gibt es ein kleines Interview mit dem Rübenfuchs und dem Zwergenkasperle, der hier ist und spannende Sachen für uns zu erzählen hat. Hallo! Ja, Mädel! Ja, ich bin auch dabei. Mädel und heute nicht auf der Zahncouch, nicht im Fuchsbau, sondern, ja, wo sitzen wir denn hier? Beim Zwergenkasperle, würde ich mal sagen, in der Zwergenhütte oder wo sind wir gerade? Ich brauche das immer für die Immersion, wisst ihr? An der Bastelbank am besten, ne? An der Bastelbank, okay, das ist ja super. Ja, du hast mir geschrieben und hast gesagt, ja, ich war dieses Jahr bei der Kerber und du hast da wohl mit einigen, ja, ich weiß nicht, mit Nachbarn direkt, mit ehemaligen oder? Das Jahr war ich mal mit ein paar Nachbarn, also wir waren ja auch oben am ASP, wollten uns das ja mal angucken, weil wenn man schon da ist, dann sollte man das auch mitnehmen. Und wir waren natürlich auch auf der Kerber selber, haben uns da mit ein paar Einheimischen unterhalten und, ja, da würde ich dann mal ein paar Sachen sagen. Ja, ja, da freue ich mich auch wirklich, deswegen auch danken wir mal für deine Zeit, dass du heute hier bist und, ja, mit uns hier so ein bisschen die Geschichte teilst. Jetzt ist natürlich für mich die Frage, weil mir gerade einfällt, hast du nicht gesagt, auch der Drachenbruder war dabei? Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, der war tatsächlich dabei, der war. Ah, okay. Ja. Schön, schön, schön. Ja, da bin ich gespannt. Wissen wir jetzt eigentlich, was Kerber heißt? Also, ich hatte ja jetzt gelernt hier, dass der Überbegriff ist, ja, Jahrmarkt und es gibt ja hier Freimarkt und Kerber. Wissen wir jetzt eigentlich, was Kerber bedeutet? Ich glaube, das ist einfach irgendwie so ein... Ja, Kerber, Kerber ist tatsächlich, es ist eine Abkürzung für Kirchweih, es ist halt dialektbedingt dort. Ah, Kirchweih, ja, danke schön, genau das war's. Bevor es losgeht, natürlich noch der Aufruf, schaut gerne auch beim Zwergen Kasperle vorbei, der macht auch ein bisschen Hater-Content. Vielleicht gefällt es euch ja, ist natürlich unten verlinkt. Und jetzt würden mich vorher, bevor wir, ja, bevor wir deine Geschichte erzählen, jetzt würden mich so ein paar Eckdaten interessieren. Also, wie lange du schon im Game bist, wie du so reingekommen bist und so weiter und so fort. Ja, also im Game bin ich jetzt seit etwas über zwei Jahre. Und, ja, dazu gekommen, da bin ich durch einen Arbeitskollegen, der hatte dann, ja, in der Mittagspause mal gesagt, hier, guck mal, Zwergen Kasperle, mach mal YouTube an und tipp mal das Schreine Haus ein. Und, ja, ich glaube, das ist der Weg von vielen, wie sie ins Game gekommen sind. Und ich fand's einfach so mega lustig, so, ja, schon beinahe, psychedelisch will ich nicht sagen, das wäre zu übertrieben. Aber, ja, so eine Mischung aus Verwunderung und ein bisschen, man war ein bisschen ab. Es war abstoßend und, aber auch, es ist schwer in Worte zu fassen, sag ich mal. Ja, ne, ihr wisst, was ich meine. Und ich hab mir das dann, ja, mal angeschaut, dann kam eins zum anderen und dann ist man natürlich über die, ja, die üblichen Haterkanäle gegangen. Und ich war auch relativ schnell der Überzeugung, so nach dem Motto, der muss ja einiges angestellt haben, dass die Leute tatsächlich immer zu ihm kommen. Weil, das kommt ja nicht von ungefähr, ne? Also, es ist von da aus relativ schnell oder eigentlich direkt ins Hater-Turm übergegangen. Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob, ja, wie lange diese Mitleid-Tour gedauert hat. Das kennt man ja, wenn man so ganz, ganz neu im Game ist, so, man sieht erst so einen, ja, so einen dickeren Mettler. Warum ärgern die den alle? Lass den doch in Ruhe, so mäßig, so, das hört man ja oft. Ja, also, Mitleid war da eigentlich, ja, gar nicht vorhanden. Also, da waren schon relativ schnell die Fronten geklärt und, ja, das war eine klare Sache. Also, Mitleid, nee, nicht wirklich. Das hast du schön gesagt. Eine Sache interessiert mich noch, dann können wir ja gleich anfangen. Aber das finde ich immer super spannend. Weißt du noch, was das Erste war, was du von ihm gesehen hast? Das Erste, was ich von ihm gesehen habe? Ja, das war tatsächlich halt das, also ihn als Person oder vom ganzen Game? Vom Video oder was du, was du, was du, was du das Erste, wo du das Erste Mal, äh, ihn erblicken durftest, das höchste Wesen, ne? Oh, oh, oh. Und das Erste, was dir einfällt noch, also sag ich mal so. Also, es kann tatsächlich sein, dass es wirklich, äh, die, äh, die große Einladung war. Trau durch, kommt zu mir. Ah, ja, gut, okay, das macht natürlich Sinn, ja. Ja. Ja, da hat uns eine wärmstens zu sich nach Hause eingeladen, fand ich, äh, fand ich sehr nett auf jeden Fall. Absolut. Ja, netter Mensch einfach. Ja. Äh, genau, und du möchtest uns heute Geschichte erzählen und ich würde dir dann einfach das Wort überlassen und ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, okay, alles klar, also ich hab mir das, äh, ich hab mir mal ein wenig Notizen gemacht und, äh, wie wir da das, äh, Wochenende verbracht haben, wir waren von, äh, Donnerstag, dem 25.8. bis, äh, Sonntag, dem 28.8. dort, also mit einem Gumbel zusammen. Darf ich den hier grüßen? Natürlich. Ja, dann, äh, grüßt wird nicht etwa klar. Ja, Grüße gehen raus und, äh, äh, der weiß ja, dass er gegrüßt ist, also, ne? Wollen ja ein bisschen, äh, ohne Namen, ne? Ja, das ist wirklich, wenn du hier eingrüßt, muss ich auch wieder alle grüßen, also das ist eigentlich nicht okay. Na gut, komm, du wirst heute mal nicht gewandt, weiter geht's. Danke, sehr gnädig. Ja, ja. Ja, ähm, wir hatten uns eine Unterkunft dort geholt, das war so eine, ja, so eine größere Ferienhütte, die war, äh, quasi, ja, mehr oder minder gegenüber vom Roten Herz. Ah, das, das wollte ich lustigerweise auch noch fragen, ob ihr im Roten Herz wart. Sehr interessant, dass es gleich da war, schön. Äh, nee, ich hatte ja über so eine Booking-Plattform, hatte ich, äh, in Emskirchen oder Umgebung geguckt und, ähm, ich weiß, glaube ich, das Rote Herz war da, glaube ich, gar nicht angezeigt, das weiß ich gar nicht mehr. Und, äh, ja, auf jeden Fall gegenüber, das war eine wunderschöne Unterkunft, hatten wir auch, äh, Parkplatz wunderbar und, äh, ja, wir sind relativ zeitnah angekommen. Wir haben uns da so gegen zwölf verabredet und, ähm, ja, sind auch dann beide, wir beide hatten so eine Anreise von, äh, also wirklich so um die 600 Kilometer jeder. Oh, oh. Oh, oh. Autsch, das ist wirklich weit. Das ist wirklich sehr weit. Aber, krass, ne, wie weit, äh, die Leute immer noch, ähm, ja, diese Fahrt auf sich nehmen und so, das finde ich immer noch beeindruckend. Also, man kann sagen, du bist jetzt nicht, äh, ja, du bist jetzt nicht für das Fest so weit gefahren, sondern weil er aus der Gegend kommt. Also, du wolltest jetzt nicht da, du kommst nicht aus der Nähe und wolltest da mal mit ein paar Leuten was trinken, feiern und so, und du wolltest schon, äh, ja, mal lang pilgern und so ungefähr. Ja, beides, sag ich mal, ne, also einmal, äh, das Wochenende mit meinem guten Gumbel da verbringen, äh, dann natürlich ein bisschen, äh, Sightseeing da oben und, äh, natürlich auch mal schauen, was die Kerwa so zu bieten hat, weil, äh, ich mag ganz gern solche Dorffeste, die finde ich ganz spannend. Ja, okay. Ja, und, äh, wie gesagt, sind dann angekommen, haben wir dann unsere, äh, Unterkunft, äh, bezogen und haben uns dann erstmal gedacht, komm, äh, führen wir uns erstmal hier ein leckeres Bier rein beim Roten Herz. Wir sind dann auch erstmal da rübergegangen und, äh, in die Eingangshalle, ich denke, die, die Lokation selber, die ist ja bekannt, die ist ja jedem Bild, oder? Denke ich, ne? Ja, das denke ich doch. Ja. Na, na. Wer das, wer das Rote Herz sich kennt, Levin Dunrott. Genau, genau. Ja, sind dann, äh, rein und dann, äh, standen wir erstmal da und haben geschaut, äh, wo kann man sich hinsetzen. Äh, ne junge Dame kam dann, die Bedienung war etwas, äh, ich, ich, ich will nicht sagen unhöflich, aber ich denke, die kann, die hatte schon so diesen, diesen Blick, so wer Hater ist und wer nicht oder wer halt nicht so aus der Gegend kommt. Ich glaube, das hat man uns schon so ein bisschen angesehen und, äh, ja, die war so, ich will auch nicht sagen patzig, aber schon, man hat gemerkt, dass sie wusste, wer wir sind oder was wir da überhaupt wollen so in der Gegend. Ja, ja, ich denke mal, da hat's auch öfter mit zu tun, ne? Ich glaube, viele Leute sind da deswegen ins Rote Herz gehen. Ja, dass man dann so ein bisschen kritisch wird oder so, das kann ich mir auch vorstellen, weil, sind ja nicht alle so nett wie ihr wahrscheinlich, leider. Genau, genau. Das ist ja auch alles nachvollziehbar. Naja, okay, dann haben wir uns da ein, zwei, äh, Vietnam geschürt und, ähm, dann sind wir so ungefähr um, ja, ich sag mal, 14 Uhr dann losmarschiert Richtung ASB. Und, äh, dann haben wir tatsächlich in der, in Emskirchen selber noch einen weiteren Hater aufgegriffen, äh, wir standen halt da, eine Kumpel, der musste nochmal kurz was im Laden holen. Und, äh, ja, da kam uns dann so einer entgegen und, äh, das ist halt der Hater-Blick, sag ich so, sieht es einfach einen an. Und ich hab einfach gesagt, hey, Meddel. Und dann kam Meddel zurück und dann hieß es, ja, wolltest du auch hier, äh, hoch zum ASB? Ja, klar, gehen wir zusammen, wunderbar. Und, ähm, ja, dann sind wir losmarschiert. Haben noch einen kurzen Halt beim, beim Zwingel gemacht, beim Beck. Schön, noch ein Löschzwerg gegönnt. Ja, genau, die haben uns ein paar eingepackt. Äh, ich kann aber auch später gerne noch so ein, äh, paar Ausschnitte von dem, ähm, Weg dahin. Ich hab ein kleines Video gemacht, Bilder kann ich auch gerne zukommen lassen, wenn ihr möchtet. Gerne, gerne. Ist, ist ja immer schön, ist so eine, ähm, ja, ist einfach eine wirklich schöne Landschaft dort. Und, ähm, ja, sind dann da losmarschiert. Haben alles genossen, mitgenommen, was ging, nur das Pumpenhäuschen und Co. Wir sind dann irgendwann, ähm, das war, glaube ich, vorm Pumpenhäuschen. Da waren wir an der Kreuzung, da wusste man nicht mehr so richtig, äh, wo es lang ging. Aber die Beschilderung, äh, da stand halt die Richtung der Träger. Da wusste man natürlich dann wieder, wo es lang geht. Sind dann weitergegangen. Wunderschön. Die Hater haben alles markiert, herrlich. Das muss ich auch nicht vergessen. Ja, ja. Das ist richtig wichtig. Auf die Leute ist Verlass, wunderbar. Und ich muss jetzt aber inzwischen fragen, ihr wart denn auch noch mit dem anderen Hater da zusammen, oder? Ja, ja, genau, genau. Wir sind dann zu dritt quasi da, äh, losgestiefelt. Okay, das ist wirklich cool, muss ich sagen. Ja, also, ich kann echt jedem empfehlen. Also, auch wenn man, wenn man einfach nur wandern gehen will, das ist, das ist ein traumhafter Weg dort, ne. Also, die Landschaft ist traumhaft und, äh, das Wettbewerb. Das Wetter, das hat natürlich auch gepasst. Äh, war angenehm warm. Blauer Himmel, also was will man mehr. Und ein Bierchen in der Hand, also, ne. Schön, schön. Ja, ähm, und dann sind wir ungefähr, äh, so um, ja, Viertel nach drei sind wir dann in Allertschauerberg angekommen. Dort haben wir natürlich erstmal die, äh, obligatorischen Bilder am Ortsschild gemacht, ne, wie es sich gehört. Und, ähm, ja, dann standen wir natürlich, äh, da auf der, auf der Hauptstraße und da haben wir uns schon so gedacht, Jungs, jetzt wird's ernst. Na, jetzt geht's los. Und dann sind wir halt die, äh, Straßen aufmarschiert. Und, ähm, ja, da lag so eine gewisse Spannung in der Luft, muss ich sagen. Das war so ein bisschen, äh, Wild-West-Feeling, sag ich mal. Also, es hat echt nur noch dieser, dieser, dieser obligatorische Strohball, der von links nach rechts, äh, rollt, gefehlt. Ja, es war wirklich eine Spannung in der Luft. Das war, das war unheimlich auch ein bisschen, ne. Und auf dem Weg nach oben, äh, sind uns soweit keine Leute entgegengekommen. Naja, und dann sind wir halt oben, äh, an der Hausnummer 8 schnaufend angekommen. Und, äh, dann herrschte natürlich erstmal eine wirklich ehrfürchtige Stille. Das war so, ja, wie soll man sagen, ähm, das ist wie, wenn man einen historischen Ort besucht, ne. Also, ich sag jetzt mal, irgendwo an der Berliner Mauer oder, äh, irgendwie an den Stränden der Normandie steht. Also, kannst du mich damit vergleichen? Das ist sehr gut. Ja, man spürt einfach diesen geschichtsträchtigen Ort, man spürt das. Ich weiß, was du meinst, ich kann das nachvollziehen. Ich hab gehört, wenn man genau hinguckt, dann hört man ihn manchmal immer noch schreien. Das trägt der Wind noch umher. Wie ein Echo aus der Zeit, sehr schön. Ja, schön. Genau, genau. Naja, und dann, ähm, ja, vor der Schanze an, oder, ja, vorm Schanzengelände, die Schanze ist ja selber weg. Ähm, war ganz spannend. Es waren, äh, kleine Briefchen, überall angezettelt, so Nachrufe und, äh, so nach Motto, RIP-Schanze oder du hast was Besseres verdient, Schanze. Und so Sachen halt. Äh, Marmeladengläser waren dort, Ofenkäseverpackungen noch und nöcher. Äh, äh, ja, das war schon, war schon ein wenig Ramondisch, sag ich mal, ne, so. Schön, schön, schön. War schon cool. Ja, ähm, und uns trennte halt von dem, von dem Gelände lediglich einen, ja, der obligatorische Bauzorn, der halt da immer stand. Und ich weiß nicht, ob's noch der von Rainer ist, könnte ich mir gut vorstellen. Also, er wird ihn wahrscheinlich nie in seinen Lager da mitgenommen haben, oder? Ja, ich weiß nicht, ob die den beim Abriss vielleicht, äh, mit beseitigt haben und da neuen hingeknallt, das weiß ich gar nicht. Mhm. Und, äh, wir haben natürlich erst mal geguckt, ne, kann man da überhaupt drauf, das ist irgendwo abgesperrt. Normalerweise steht ja dann irgendwo ein Schild, betreten, verboten, äh, Stadt Emskirchen, Blage Döns, aber, ähm, war kein Schild da. Es war auch nur dieses, dieser Bauzaun da und, äh, man konnte einfach rumgehen, drumherum gehen. Ähm, also war kein, keine, äh, ja, ich sag mal, äh, Behinderung des Weges, ne? Ja, ja, keine Absperrung. Keine Absperrung halt, ne? Nö, wie gesagt, nur der Bauzaun stand davor und fertig. Und, ähm, ja, man konnte schon direkt sehen, da waren auch schon ein paar Grabräuber unterwegs, ne? Also, der eine oder andere hat sich ja da so ein Stein rausgebrochen, die Pflastersteine. Ich hab mir persönlich auch einen mit eingesteckt und, äh, ja, der steht jetzt so als, äh, Mahnung, ewige Mahnung und Totem auf meinem Schreibtisch. Das ist eine schöne Erinnerung, natürlich. Ja, gut, der ist bestimmt irgendwann sehr, sehr viel Geld wert. Ja, ja, das ist, das ist eine Investition in die Zukunft gewesen, das sag ich dir. Absolut, also, den, den werd ich vielleicht auch noch weiter verehren, das, ja, das ist eine Wertanlage. Ja, macht das, macht das. In so einer Glasvitrine oder so, das kann ich. Genau. Ja, ansonsten, ja, wir sind da natürlich reingegangen, haben uns das alles mal angeguckt und, ähm, ähm, ich hab das auch noch in den Videos, da kann man das ganz gut sehen. Da sind ziemlich viele, äh, ja, haben sich viele Künstler verewigt an den Wänden, äh, Nachrufe, Grüße, äh, die üblichen, ähm, ja, wie sagt man so schön, die, die üblichen Haterparolen hier und da wirklich dran geschrieben. Und, ja, war wirklich spannend, aber auch erschreckend, das Ganze zu sehen. Da denkt man sich, ähm, ich denke mal, es wurde ja schon oft gesagt, aber der Junge, der hat so ein Grundstück bekommen, ne, er hat so ein Riesengrundstück bekommen, ein Haus, er hat, äh, was hat er als Startkapital gehabt, 40.000 Euro? Ich glaube 40.000 und 10.000 hat er gleich in Fake-Chats versenkt, ja, ja. Ja, oh Gott, ja, das ist echt, ich komm, ich komm da echt nicht drauf klar, so, das ist, weiß ich nicht, so normale Menschen, wobei, ja, wir reden über Rainer, ne? Ja, ja, natürlich, klar, 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 klar. Ja, also sollen wir die Schanze mal im Dorf lassen, so, ähm, ja, dann haben wir uns das Ganze halt mal angeguckt, also konntest auch überall hin, das war jetzt nicht irgendwie einsturzgefährd, ähm, sind auch mal reingegangen, ähm. Was Interessantes gefunden? Ja, es waren hier und da so ein paar, äh, so ein paar Abrissblöcke oder sowas, da stand auch irgendwas drauf, aber man wusste halt nicht, ob es von Rainer geschrieben ist oder, was weiß ich, von irgendwelchen Kindern, ich, ich hab keine Ahnung, ansonsten, äh, irgendwelche leeren Konservendosen, äh, also ansonsten, da war noch, ja, irgendwelches altes, äh, so ein so altes landwirtschaftliches Gerät war da noch drin, äh, ich denke, das war auch irgendwie einfach so Zeug, was Rainer da von, von Rudi irgendwie vererbt bekommen hat und dass er irgendwo in die, in die Ecke gemädelt hat, ähm. Wie jetzt sein ganzes Leben, ja. Ja, genau. Ja, und, äh, während wir auf dem Gelände waren, unser, äh, unser, äh, Hader-Kollege, der sich da spontan eingeschlossen hat, der war noch, äh, vor der Schanze, äh, also vorm Schanzengelände. Und, ähm, während wir da drin so ein bisschen rumgewuselt sind, äh, man hat irgendwie einen lauten Schrei gehört. Denkt natürlich der Schrei aus der Zeit, nein, der war's nicht. Da ist, äh, tatsächlich irgendwie einer aus dem Dorf vorbeigefahren, ne, hier so, in, so schicken roten Rennradklamotten, wie er berichtet hat, und hat, äh, ganz laut gebrüllt, ihr seid, ihr seid Dreck oder ihr seid der letzte Dreck. Oh, 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 wow. Oha, ja. Okay, also, ich, und, ihr hat dann halt nur noch ein einfach freundlicher Metal, ne, da ist man ja einfach höflich bei, ne, das ist, ja, das war natürlich so ein bisschen, äh, felsam. Also, da hat euch, da hat euch quasi ein Anwohner angepöbelt, weil ihr, äh, der Schanze die Ehre erweisen wolltet. Richtig, richtig. Absolut Frechheit, aber. Das ist ein Unding. Da müsste eigentlich Herr Müller eingeschaltet werden, finde ich. Absolut. Ach, ja. Ja, und wie gesagt, da haben wir so ein bisschen umgeguckt, und, äh, den Stein hab ich mir noch mitgenommen, und ein paar kleine Steinchen vorne, wo halt immer, ähm, ja, wo quasi, äh, Reiners, äh, Gelände aufgehört hat. Da ist ja so ein bisschen Schotterlack, da hab ich noch ein bisschen mitgenommen, hier für ein paar Freunde, die halt nicht mit konnten, haben wir da noch ein bisschen verteilt, und, äh, ich bin ja nett, ich bringe ja mal Geschenke mit. So zu Weihnachten macht sich das irgendwie, ja, ja, klar. Oh, das wär doch toll, oder? So ein Stein von der Schanze als Geschenke, also, das ist... Also, das wär schon sehr besinnlich, das, das find ich schon schön, ja. Oh Gott. Unglaublich. Ja, und dann, äh, ging's auch dann irgendwann noch wieder zurück, und, ähm, auf dem Rückweg, unten im Dorf, also noch in Altschauerberg, äh, da stand ein älterer Herr auf der Straße, und ich hatte erst gedacht, das wär der, äh, hier, wie hieß man, ein wenig leiser, gell? Aber das, ich glaub, der ist schon verstorben, meine ich, oder? Uff, also, da bin ich gerade wirklich nicht im Bilde, ob, äh, wer da verstorben ist, das weiß ich leider auch nicht. Ja, dieser ein wenig leiser war, glaub ich, der, äh, links, wenn du vor der Schanze stehst, links da gewohnt hat, aber, naja, der hat halt unten gewohnt, ein älterer Herr, ich glaube, es könnte sein, das war der, ähm, der damals in der Dokumentation war, der gesagt hat, ja, wenn der Rainer weg ist, dann feiern wir hier erstmal, äh, eine riesen Fete. Ah, okay. Ich glaub, der war das. Kann sein, ja. Ich bin mir nicht sicher, aber... Wisst ihr noch, wie der heißt? Nee, 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 ich hab auch gerade überlegt, aber nee. Nee. Und hat der, hat der was gesagt, oder hat er, hat er euch? Also, er stand auf der Straße, hat sich mit einer, äh, mit einer Dame, äh, die stand auf dem, die war in ihrem Haus am Balkon oben, haben sich da so ein bisschen auf der Straße unterhalten, und der sah uns halt schon ankommen, und da hat er dann nur noch gefragt, so nach dem Motto, äh, ja, und, habt ihr gesehen, was ihr sehen wolltet, äh, und dann wollten wir natürlich höflich antworten, ja, wir wollten uns das halt nur mal angucken, und er dann halt so mit, so mit zum richtigen O-Ton, so, so, nur mal angucken, und dann hat er sich halt angedreht, und ist in sein Haus gegangen, hab mir auch gedacht, oh, okay. Ja, ich kann's halt irgendwo ein Stück weit auch verstehen, die Leute sind natürlich so vorbelastet von, oder generell belastet von der, stell dir mal vor, Rainer ist jahrelang der Nachbar, ist, ach, unvorstellbar eigentlich. Ja, 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 und die, äh, Dame auf dem Balkon, äh, die haben wir auch kurz, haben wir mal nett gegrüßt, haben wir, wie geht's ihnen, und, äh, die hat uns dann gefragt, ach, hier war, war, war da oben hier beim, beim, ich weiß nicht, ob die gesagt hat, beim Rainer, beim alten, äh, Gebäude von, in der Wohnung, Haus, ähm, haben wir gesagt, ja, 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 wollten uns das mal angucken, und dann sind wir halt mit der ins Gespräch durchgekommen, und, ähm, haben wir natürlich gefragt, und kommen jetzt öfter, kommen noch öfter hier Leute hin, und hat so, ja, ab und zu kommen mal welche hin, aber nicht mehr so, so wie früher halt, ne, ist alles weniger geworden, und, äh, die war da relativ offen, muss man sagen, ne, auch sehr höflich zu uns, und, äh, wirklich auch mit, mit dem Lächeln, und, ähm, haben wir denn noch gefragt, ich hatte ja noch mal, ich mach noch kurz in meinen Notizen hier, also, ich glaube, man kann auch wirklich davon ausgehen, seit Rainer da nicht mehr wohnt, da leben die natürlich ruhiger, ne, und die Besucher, die jetzt kommen, die, ähm, machen ja, denke ich mal, auch nicht mehr so den Krach, oder, irgendwie, also, ja, ich meine, ich kann natürlich verstehen, dass da viele, ja, sehr vorbelastet sind, und, äh, so reagieren, wie der Mann, was du eben geschildert hast, aber ich find's auch nett, also, wenn die Frau dann mit euch ein Gespräch angefangen hat, das find ich wirklich nett. Ich muss noch sagen, ja, äh, ich wollte nur sagen, das muss ja wirklich, also, seit Rainer weg ist, muss das ja eine ganz, ganz andere Lebensqualität da sein, ne, das ist ja wirklich, äh, wenn du so davon nachdenkst, dass er da jeden Abend geschrien hat, und gebrüllt, und, ach, naja. Na, und Sven Kasperl hat ja auch grad gesagt, schöne Gegend, und so, da werden die Wohnungspreise jetzt bestimmt explodieren, bei so einem geschichtsrichtigen Ort. Das stimmt, das stimmt. Ja, eben. Ja, oder, oder du kriegst ein Board-out, weil du einfach nichts mehr zu tun hast, als Nachbar. Ja, oder so, stimmt. Das ist aber immer so langweilig, ach, Mensch. Ja. Naja, und, ach genau, da haben wir dann noch gefragt, wie, wie war das einfach so, äh, wo der noch da gewohnt hat, und die hat das, äh, eigentlich relativ, äh, ja, so, so lässig cool, so gesagt, so nach dem Motto, naja, der hat halt immer nur so, so rumgebrüllt mit seinem kummigen, äh, Internet, äh, Kasperl da, und, ähm, ja, die hat das irgendwie relativ locker genommen. Na gut, ich weiß aber auch nicht, ob die da jetzt schon länger wohnt, oder, erst seit kurz, was heißt seit kurz, also, sie hatten ja noch miterlebt, aber, wie gesagt, die Dame war wirklich, äh, wirklich höflich, und, ähm, ja, haben dir noch alles Gute gewünscht, und sind dann wieder, äh, ja, zurückgemeddelt nach Emskirchen, und, äh, ja, dann haben wir uns quasi noch beim, beim, auch noch eine schöne Geschichte, haben wir uns noch beim, beim Zwickl noch einen Ofenkäse geholt, gehört sich ja so, und dazu ist man natürlich ein gutes Baguette, das haben wir uns dann beim Beck geholt, und der Verkäufer... Ich bin da ein wenig neidisch, ich hätte jetzt irgendwie auch gerade Bock auf Ofenkäse. Ja, ja, bei mir kommt's auch wieder, das, äh, wird mir wieder Zeit essen. Naja, und, äh, der Verkäufer hat sich dann auch als Hater rausgestellt, haben wir auch direkt gefragt, wie sieht's aus, bist du morgen auf der Kerbe, gehen wir in den Bier aus, und so, und, äh, der war leider nicht da, aber, ja, war ganz witzig, und dann sind wir wieder zurück, und dann haben wir uns noch einen gemütlichen Abend gemacht, ja, und dann, äh, brach da natürlich der Freitag an, und, äh, die Kerbe wurde so gegen 17 Uhr, 17.30 Uhr eröffnet, die Zeit davor haben wir allerdings noch mal genutzt, um einen kleinen Ausflug nach Nürnberg zu machen, der ist ja auch, das ist ja auch nicht sehr weit, ähm, weil da kann man sich direkt mal den Zarenstein angucken. Ach, schön. Wichtige Sightseeing-Tour gemacht. Riecht gut. Absolut, absolut. Kleine Weltreise. Ja, also zwei Deppen stehen an diesem Stein am Bahnhof und fotografieren den. Habt ihr Alki-Yenkel getroffen? Oh mein Gott. Ja, haben wir. Was wirklich? Ja, tatsächlich. Ja, das war, das war dann an der, ähm, an dem Fußgängerüberweg vorm Bahnhof, wir standen da, und dann beim Rübergehen kam der uns mit dem Fahrrad entgegen und das, das war wirklich so, ähm, ja, das, das haben wir erst irgendwie ein, zwei Sekunden später realisiert, dass das tatsächlich Alki-Yenkel war. Der hat sich wahrscheinlich auf dem Weg zu seinen Jungs am Bahnhof gemacht. Keine Ahnung, ob die feiern wollten an dem Tag, aber pff. Das muss schon, muss schon aufregend sein, so einen Promi zu treffen auch, oder? Absolut, vor allem, der kam wahrscheinlich gerade von der Arbeit und, äh, naja. Schön, schön. Da gönnt man sich halt, ne? Klar, klar. Ja, wenn er noch Fahrrad fahren konnte, kam er bestimmt von der Arbeit, ja, das stimmt. Ja. Naja, und, ähm, dann, wie gesagt, haben wir uns noch ein bisschen Nürnberg angeguckt, weil, wie gesagt, wenn man da ist, das muss man einfach mal ausnutzen. Ist ja super da. Ja, dann sind wir halt, äh, wieder zurück nach Emskirchen und gegen 17.00 Uhr, 17.30 Uhr, da waren wir noch in der Unterkunft, da hatten wir aber schon langsam die, äh, ja, die Blaskapelle gehört, die Marschkapelle und dann ging erst mal hier so ein, so ein schöner, ja, bei uns in der Gegend heißt es Schützenzug, oder Spielmannszug, ich weiß noch nicht, kennt ihr das? Vom Namen zumindest, ja. Ja, na klar. Ja, ne? Ist ja immer über Pfingsten oder sowas und das war halt bei denen, ja, dann halt, ähm, ja, der Kirchweihumzug, nenne ich es jetzt mal, und war richtig schön, also, ne, die Sportvereine, Trachtenvereine, die Ortsburschen, ähm, sind dann halt mit ihrem, ich glaube, das ist dann, ja, Maibaum ist es ja da nicht, aber, wenn wir so einen großen Baum, den sie halt aufstellen, sind sie dann Richtung Festplatz, äh, rüber marschiert, und, ähm, dann haben wir uns natürlich dieses, äh, Schauspiel da angeguckt, wie die den Baum aufgestellt haben, ähm, es war alles sehr urisch, sehr gemütlich, und, ähm, ja, haben uns dann da ein paar, ja, ein paar Helle neigeschürt, wie es sich gehört, Wetter war natürlich auch wieder traumhaft, also nicht wie, äh, letztes Jahr, wo es da nur geregnet hat, man weiß ja, man kennt es ja von den Videos, äh, wunderschön einfach. Ja, stimmt, da ist er ja mit seiner Tasche und seiner Isomatte da, äh, durch den Wehregen gewongert, ich erinnere mich, stimmt, ja, ja, ja. Ich liebe diesen Ausschnitt einfach, wirklich. Das war doch auch, wo da mit einem Krankenwagen geholt wurde, ne? Ja, genau, 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 da komme ich gleich noch zu, ähm, ja, wie gesagt, da haben wir das alles mal, äh, so ein bisschen auf uns wirken lassen, und, äh, Gino war mit seiner Pizzabude dort, da haben wir uns ein paar Pizzastücke gegönnt. Hat geschmeckt. Faire Preise, muss man auch sagen, ähm, ich werde jetzt keine Schleichwerung machen, aber, äh, wenn man mal in der Gegend ist, um, um die Zeit, da, äh, einfach mal einen Ausflug dahin, ne? Das ist, äh, eine schöne, richtig schöne Dorfkirmes, also nicht irgendwie so eine, so eine, so eine, einfach nur ein Bierzelt und ein Karussell und eine Saufbude, ne, das ist schon, äh, ist schon was Ordentliches, muss man wirklich sagen, ne? Ach klar, und solche Feste, die sind ja auch immer schön, das ist dann so urig, und das gehört, irgendwie dann auch immer regional, finde ich, dazu, und sowas kann man sich echt mal geben, das ist, also wirklich auch unironisch, da muss ich dir recht geben, das ist, das kann wirklich schön sein. Ja, also, ich sag mal, traut euch, kommt nach Emskirchen, das ist, ja, Frau Winkelspech hat dann abends das, äh, Bierfass angestochen, und dann ging's halt da, äh, rund, und, ähm, ja, dann sind wir halt, dann haben wir uns hier und da, uns mit ein paar Leuten mal zusammengesetzt, an, an den Bierbängen, da konntest du dich einfach hinsetzen, ne? Ja, die sind auch relativ offen da, die Leute, also, ein bisschen begucken sie dich schon, das ist aber, ich glaub, das ist da so ein bisschen auch Mentalität, ne? Die gucken natürlich, wer ist da jetzt im Dorf, der ist neu, den kennen wir nicht, ne? Ja, wer gehört dazu? Ich denke nicht, dass es so dieser Heder-Prüfblick war, sondern eher so, ja, das ist das Normale, so, da ist jetzt jemand, ne? Und, ähm, aber trotzdem sehr offen, sehr superlätte, liebe Leute. Ja, und dann sind wir irgendwann mal so ein bisschen ins Gespräch gekommen, ähm, wir haben natürlich nicht direkt gesagt, so nach Motto, wir wollten mal gucken, wo der Dicke gewohnt hat, äh, haben auch gesagt, ja, wir waren mal vor Jahren hier, wollten mal, wie auf die Kirchweih, das war immer so schön hier. Ja, gut, nicht, glaube ich, nicht gleich geoutet, quasi. Genau, genau, und dann haben wir einfach mal so, mal ganz, ganz stumpf gefragt, äh, ja, was gibt's denn hier sonst noch so Schönes zu erleben, außer der Kirchweih in diesem schönen Emskirchen? Und, ich sag jetzt mal ganz grob, von zehn Leuten, die wir gefragt haben, haben neun mit dem, mit dem, mehr oder weniger mit dem gleichen Satz geantwortet, ja, unseren dicken Tanzbär oder unseren dicken Brüllaffen haben wir hier nicht mehr. Das finde ich aber auch krass, ne, dass das wirklich so als, ja, ich sag mal Attraktion oder so, also, dass das auch überall im Gedächtnis geblieben ist, das finde ich schon interessant. Ja, gut, Rainer hat alles in seiner Macht stehende getan, um das, äh, dort zu festigen, ne? Oh, ja. Ja, man muss ja wirklich sagen, ohne Rainer, wer würde, äh, ja, wer würde Emskirchen kennen oder, oder Altschauerberg, sag ich jetzt mal so, ne? Mhm, ja. Wobei, wie gesagt, es ist eine wunderschöne, äh, kleine Stadt und, äh, da lohnt sich immer ne Reise hin. Also, man muss das natürlich mögen, das Ländliche. Ich, ich, ich sag euch, wie es ist, ich hab schon geplant, im Sommer fahr ich auch ein Leben hin. Es muss sein. Mit den Kollegen, also, das wird super. Das wird super. Ja, das, 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 vielleicht verbinde ich das mal gucken. Mhm. Also, ich, ich, ich denke, die Autoren werden da auch mal so ein Treffen abhalten, aber, naja, da hab ich keine Ahnung. Die sitzen abends in Wirtzeilen dann. Da sind die Materie drin. Ja, und, äh, das, das war halt die, wir haben natürlich auch gefragt hier, ähm, so nach, Motto, ja, wir haben mal hier und da was von dem im Internet gesehen, der ist ja bekannt und so. Und wir haben das auch mal gehört hier mit dem, mit dem Drachenlord. Und dann haben sie auch ein bisschen erzählt. So und so war das. Und das war halt wohl letztes, äh, Jahr, also wo es halt so geregnet hat. Ich weiß gar nicht, was war denn da Reiners Aussage nochmal genau? Der hatte da irgendwie gesagt, äh, wenn da irgendeiner zu ihm gekommen ist, so nach Motto, ja, äh, sprech mich besser nicht an. Sonst, äh, kommen die Hater auf dich zu. Oder wie war das denn noch? Was hat denn der da nochmal gesagt? Oh, genau weiß ich jetzt auch nicht mehr, aber ich glaube so im, im Grunde, ne, irgendwie so, wie du es gerade gesagt hast, ja. Ja, das war halt, äh, Reiners Aussage. Und, äh, die Aussage der, der Emskirchner war eher so, er hat die ganze Zeit versucht halt dort Anschluss zu finden bei ihnen. Der ist da zu den, zu den Ortsburschen gegangen, die haben den aber irgendwie auch abblitzen lassen. Äh, alles verständlich. Und, äh, ja gut, der ist dann halt in der Schießbude da, das kennt man ja. Hat er sich ja da seine Rosen geschossen, wo er sich dann danach mit in der Hand gebettelt hat, da mit den, äh, mit den paar Hatern. Ich glaube, da gab es so diesen schönen Ausschnitt mit. Ja, wenn der mal da schon, wenn der damals schon gewusst hätte, wie viele Rosen er irgendwann mal auf TikTok bekommt. Oh Gott, und Füchse, vergiss das nicht. Na, hör bloß auf. Der war gut. Ja, und, äh, ne, das war halt die, äh, die, die Impressionen des, äh, ersten Tags auf der Kehrer. Und, äh, ja, wir sind halt noch mal im Bierzelt gewesen, da war auch wirklich super Stimmung. Kann man sich auf jeden Fall geben, es war klasse. Ja, und dann, äh, am nächsten Tag ging's dann, äh, weiter, dann sind wir auch wieder zur Kirchweih rüber. Ich glaube, wir sind vorher noch mal nach Würzburg kurz rüber getingelt. Ist ja auch nicht weit. Haben wir auch noch mal mitgenommen. Ähm, genau, nachmittags sind wir dann zur Kirchweih rüber. Und, äh, ja, haben dann quasi noch die Leute vom Vortag dort getroffen. Auch wieder schöne, äh, Gespräche geführt. Und dann abends, wo es dann so dunkel wurde, da saßen wir draußen an den, an den Bierbänken. Und da saßen halt hinter uns auch, äh, ja, ein paar jüngere, äh, Leute. Oder so in unserem Alter, sag ich mal. Und da haben wir uns schon so gedacht, hm. Ähm, ja, das könnte, das könnte gewisses Klientel sein, was man mal ansprechen sollte. Einfach so, um Erfahrungen auszutauschen. Ähm, hat sich auch, äh, bewahrheitet. Da auch wieder der, der, der Hader-Blick hat funktioniert. Ich find das so gut, ey. Ja, ähm, ja, haben uns halt mit denen auch ausgetauscht. Und, ähm, einer von den Halern, der war halt im Kontakt mit dem Drachenbruder tatsächlich. Und, äh, hat gesagt, ja, hier, der, der, der Dings, der kommt wahrscheinlich, äh, nachher mal rüber. Und, äh, wollen wir mit dem mal ein Bier trinken, ein bisschen quatschen. Der kam dann tatsächlich, saß dann direkt hinter uns, haben dann auch ein paar Worte mit ihm ausgetauscht. Und, ähm, da will man natürlich so ein bisschen wissen, so, wie war das bei Rainer? Und, ähm, ja, so aus dem Gedächtnisprotokoll. Das Einzige, wo er sich so ein bisschen immer noch für schämt, das war halt die Aussage mit Barcelona. Barcelona! Ja, aber damit ist er ja wirklich Legende geworden. Ja, absolut. Ja, aber wirklich sympathisch auch, einfach, finde ich. Absolut. Und das ist auch ein super, super lieber Kerl. Ähm, sehr sympathisch, ja. Ja, und, ähm, haben wir noch gefragt, wie war das bei Rainer? Und, äh, hat auch gesagt, ja, alles vollgestellt, das stinkt bis zum Himmel, das Ding da. Und, äh, haben wir natürlich auch gefragt, wie war das, äh, bist du da mitgegangen, um deine Schwester zu verteidigen? Und da hat er auch gesagt, meine, meine Schwester, ich glaube, die hätten da, äh, die hätte sich da auch selber verteidigen können, locker. Also, war halt so eine Spaßaktion. Aber das ist eine andere Geschichte, das kennen wir ja, ne? Ähm. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, noch ein bisschen gefachsimpelt. Das Klassische, wie seid ihr ins Game gekommen? Und, ähm, dann hatte noch einer von denen gesagt, es kann sein, dass, äh, dass die Marion hier irgendwo rumläuft. Und die, äh, ja. Oh, Prominenz. Ja, ganz viel Prominenzen. Und, und die, irgendeiner von denen meinte, ja, Marion war da hinten an den, an den Büschen oder so. Oder keine Ahnung was, die hat da wohl geguckt oder so. Ich weiß nicht, ob die, ob die doch für, für Rainer spionieren sollte. Das war natürlich direkt unsere, unsere Gedanken hier so, dass Auskundschaften, ob, ob, äh, für Rainer gerade frei ist, keine Hater da sind. Und, äh. So gut. Rainer Späher, den er vorgeschickt hat. Ja, aber so, so Gedanken, klar, das kommt natürlich, wenn man so ein, zwei Helle schon neigeschürt hat, dann kommt das schon relativ schnell, die Gedanken. Nein, ähm, also ich persönlich habe sie nicht gesehen. Mein Gumbel auch nicht, ähm, also, ja. Ja, und das, das war es dann eigentlich soweit von, von der, äh, von der Kirchweil. Es war noch eine richtig schöne Pfeife, sind dann nochmal ins Zelt gegangen. Und, äh, ja, haben mit den Hälern auch nochmal, nochmal Kontakte ausgetauscht. Man hat ja so sein, sein Netzwerk untereinander. Mhm. Und, äh, ja, am nächsten Tag war dann Abreise, sind wir dann wieder nach Hause und sind mit, äh, wirklich schönen Impressionen und Erinnerungen dann wieder nach Hause gegangen. Ja, wirklich schön, also klingt ja wirklich nach einem gelungenen Wochenendausflug, kann man sagen, ne? Absolut, absolut. Also, ich muss dir wirklich sagen, das klingt fast, wie du das sagst, so, wie so eine gebuchte Reise aus dem Reiseführer. So mit Zeitziegen, ne, Schanze, dann Zarenstein, denn hier, da, Kerber, also, doch, finde ich schon krass, muss ich sagen. Hab dir gerade echt gerne zugehört, weiß ich auch. Ja, schön, schön. Vor allem, dass ihr dann auch noch den Drachenbruder eingetroffen habt, das, das finde ich ja wirklich total spannend, das ist echt cool. Ja, also, können wir sich ja vorstellen, mal irgendwann in 20, 30 Jahren das Ganze mal, ähm, ja, so zu vermarkten als Reiseführer durch das, äh, damalige Drachengeben. Nein, ähm, ja, es war wirklich schön und, äh, wir haben das natürlich auch so ein bisschen zur Erholung genutzt, das Wochenende, ähm. Allein deswegen, der Erholungsfaktor, der war ja schon richtig hoch, war klasse, war einfach nur klasse. Ich kann es jedem empfehlen, traut euch, kommt nach Emskirchen, kommt auf die Kerber. Ja. Ja. Ich könnte mir auch, ich könnte mir auch wirklich vorstellen, wenn öfter da Leute sind, die dann so nett sind wie ihr, sag ich mal, dass dann vielleicht auch die Leute da um den Altschauerberg halt einfach mal ein bisschen netter, offener werden. Aber, ja, man, wie wir vorhin schon gesagt haben, ne, das sitzt bestimmt tief und, äh, da haben viele schlechte Erinnerungen. Aber, könnt ihr mir vorstellen, mit der Zeit wird's besser. Ja, natürlich. Was ich auch cool finde, ist so, wie du erzählt hast, dass du halt immer mal auch so, ne, Hater auf dem Weg zu Rainer gefunden hast. Dass man sich gut verstanden hat, dass man miteinander mitgelaufen ist oder dann direkt auf der Kerber, dass man halt, ja, sich auch gut mit anderen Leuten austauschen konnte und Kontakte knüpfen konnte. Das finde ich ja einfach schön, wenn du so mal nachdenkst, dass ein, ja, ein Diggermann aus Emskirchen, nee, außer Altschauer, Altschauer, Mensch, Altschauerberg, Mensch, ey, was ist das ja alles. Und es alle vereint hat und das quasi ins Leben gerufen hat, so mehr oder weniger. Schon schön. Das ist unglaublich, das ist ein Phänomen. Ja, wirklich. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Geschichte, war, wie gesagt, sehr spannend, war, äh, sehr angenehm, dir zuzuhören. Äh, ja, äh, weiß ich nicht, wenn, wenn noch irgendwie Fragen sind, vielleicht, äh, kommen wir nochmal auf dich zu, vielleicht haben die Leute noch irgendwelche, äh, besonderen Fragen, äh, genau. Genau, ansonsten, ja, wie gesagt, danke für deine Geschichte und, äh, für die Leute, die hier, äh, ganz zugehört haben, wenn ihr irgendwie, ja, weiß ich nicht, irgendwie näheren Kontakt zu Bekannten oder zu, zu namensträchtigen Leuten, äh, in- und umreiner irgendwie habt, äh, oder eine besondere Geschichte, die ihr gerne erzählen wollt, dann meldet euch gerne. Und, äh, ja, dann machen wir vielleicht auch mit euch mein Interview. War auf jeden Fall spannend, nochmal vielen lieben Dank für die Geschichte und, äh, ja, ich sag, Medal of. Ja, Medal of. Danke, Zwergenkastballe, Medal of. Sehr gerne.